Soll ich bei dem bleiben, was mich glücklich macht? Ich bin nervt! Warum lösst du von mir davon? Es hat sich ja gezeigt, dass es die richtige Entscheidung macht. Ich war verwirrt. Das mit dem Mädchen. Ich war einfach verwirrt. Du bist so ein schäbiger Lügner. Nein, sie bedeutet mir nichts. Ich habe Sehnsucht gehabt nach dir. Sie hat das ausgenutzt. Sie bedeutet mir nichts. Ja, genauso wie du mich ausgenutzt hast. Genauso wie ich dir nichts bedeute. So ist das nicht. Oh doch. Du gibst all denen recht, die immer versucht haben, dich mir auszureden. Und sie haben verdammt recht. Womit? Dass ein dreckiger Holzfäller, wie du es bist, mich nicht verdient hat. Dreckiger Holzfäller, ne? Du ekelst mich an. Gib mir bittschönes Tempo. 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 Das neue deutsche Mnatzmagazin. Tempo. Hass und Liebe, Stöme und Drang, Angst und Lust. I love Tempo-po-po-po. Bis zum nächsten Mal.